Chat GPT schreibt Bücher, schreibt Blogposts, schreibt YouTube-Skripte und schreibt Artikel, Newsartikel zum Beispiel. Und genau darum soll es heute gehen. Macht es wirklich Sinn, eine KI euren Artikel für euch schreiben zu lassen? Und wenn ja, wie mache ich das? Herzlich willkommen zu Wir ersetzen uns selber. Nein, natürlich nicht. Aber heute soll es tatsächlich darum gehen, wie benutzt man eigentlich Chat GPT sinnvoll zum Schreiben von Blogartikeln, von E-Mails, von allem Möglichen. Und was kann diese KI vielleicht überhaupt nicht gut? Wo sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein und wo brauchen wir vielleicht auch noch einen Mensch dazu? Genau, wir benutzen aktuell das Modell GPT-4. Warum? Das ist einfach momentan das Leistungsstärkste. Je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Das ist immer noch alles gültig und Large Language Models haben sich höchstwahrscheinlich nicht zu sehr in ihrer Art und Weise geändert. Ihr werdet immer noch dieselben Tricks benutzen können, um bessere Ergebnisse zu bekommen. Das heißt nicht, dass ihr es wahrscheinlich noch müsst. Aber ich habe auch dieses Video hier überhaupt nicht mit einer KI geschrieben. Das ist alles spontane Sprache, was gerade entsteht, weil ich hier einfach, ja, meine Tutorials sind Aufnahmen, die ich während, oder die ich quasi live aufnehme. Und ich muss natürlich auch auf den Inhalt irgendwie reagieren können. Das kann ein Skript nicht unbedingt. Allerdings habe ich GPT-4 schon mehrfach benutzt, um meine längeren Videos, die immer sonntags rauskommen, beziehungsweise freitags auf meinem anderen Kanal, zu, ähm, ja, verbessern. Aber nicht vollständig zu schreiben. Denn dazu ist die KI einfach noch nicht gut genug. Und das werden wir uns heute mal angucken. Aber trotzdem können wir natürlich einiges daraus mitnehmen. Also, wir fangen an. Wir müssen uns natürlich erstmal das Thema überleben. Äh, überlegen. Das war kein B, das war ein G. Das Thema überleben sollten wir auch. Allerdings, also, was könnten wir für ein Thema benutzen? Also, lass uns, weil wir hier auf YouTube sind, ein YouTube, ein Skript für ein YouTube-Video schreiben. So, das ist die Aufgabe, ja. Das ist die große und ganze Aufgabe von dem Ding. Das haben wir ja schon mal geklärt. Wie gesagt, das hier ist eine Reihe von Tricks und Tipps für Large Language oder KI generell, ähm, wie man damit umgeht. Allerdings ist das nicht alles, was wir machen können. Wir können ganz einfach auch sagen, ähm, das Thema ist Cedric Mössner, der, ähm, Autor des YouTube-Kanals The Morpheus Tutorials. Beziehungsweise auch The Morpheus. Das ist aber völlig egal. Heute geht es um The Morpheus Tutorials. Das Video kommt ja auch hier raus. Und die Zielgruppe sind sehr intelligente Informatiker, wobei ich das für dieses Video hier nicht voraussetzen würde. Sehr intelligente Menschen, sagen wir einfach mal. Normalerweise sind es Informatiker. Sehr intelligente Menschen trifft es aber auch. Sonst wäre der nicht hier. Gut. So, ähm, und was wir jetzt haben ist im Endeffekt, schreibt mal bitte ein YouTube-Skript. Wenn ihr das macht, werdet ihr furchtbare Ergebnisse haben. Denn, wie wir schon in vorherigen Videos geklärt haben, solltet ihr immer Schritt für Schritt denken. Also, was ist der erste Schritt? Naja, der erste Schritt ist, wir wollen einen Titel finden. Ähm, zunächst lass uns fünf mögliche Titel finden. Nenne mir Ideen. Und das ist schon mal eine Sache, die wirklich, wirklich gut ist, wenn man GPT-4 benutzen kann. Oder benutzt für seine Videos. Denn, wenn wir hier uns Titel generieren lassen, dann ist das schon mal ein Prozess, der bei mir früher sehr, sehr lang gedauert hat. Und den ich jetzt tatsächlich mittlerweile häufig von ChatGPT machen lasse. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen auf Kredit gestoßen, dass es ein bisschen Clickbait sein sollte. Aber, ich mach das natürlich nicht immer. Und ich versuche, also für mich ist, um das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, Clickbait ist tatsächlich für mich einfach, wenn ich den Titel nicht halten kann. Und, ähm, ja, je nachdem, also wenn ich den Titel nicht halten kann, dann nehm ich den Titel einfach nicht. Aber, oh wow, okay, von Mathematik bis Philosophie. Das ist schon mal grundlegend falsch. Haha, ich mach definitiv keine Philosophie. Mathe ist ein bisschen dabei, aber Philosophie, holy shit, nein, überhaupt nicht. Ähm, die Kunst des Lernens. Cedric Mössner und The Morpheus Tutorials. Intellektuelle Analyse. Das Erfolgsgeheimnis von The Morpheus Tutorials. Cedric Mössner, der kreative Kopf hinter The Morpheus Tutorials. Ich, mir gefällt das hier am besten. Mir gefällt das sehr. So, was wir jetzt machen ist, wir bauen darauf auf. Also, ihr müsst bedenken, dieses Large Language Model bekommt immer Kontext. Es bekommt nicht unendlich viel Kontext, irgendwann ist es vorbei. Es sind insgesamt bei GPT-4 32.000 Tokens, die verwendet werden können. Es gibt Tokenrechner, das heißt, wenn ihr nicht mehr ganz sicher seid, ob vielleicht euer initialer Befehl hier oben noch da ist, dann, ähm, ja, nehmt gerne so einen Tokenrechner und schaut mal, ob der noch da ist, wenn ihr alles wirklich da reinpackt. Aber, in den meisten Fällen wird das wahrscheinlich reichen. 32.000 Tokens sind ungefähr 32.000, beziehungsweise, nee, stimmt nicht, aber es sind viele Wörter, ja. Auf jeden Fall über 15.000 Wörter sind es ohne Probleme. Eher über 20.000 und das reicht für die meisten Sachen definitiv aus. Okay, ähm, also was wir jetzt machen ist, wir sagen, lass uns diesen Titel nutzen. So. Informationen verarbeiten wollt, also Sachen, die hier vielleicht, ähm, die dem Language Model nicht bekannt sind, dann ist es wichtig, dass ihr hier immer wieder, ähm, auch diese Informationen mitliefert. Also ihr könntet hier auch tatsächlich noch irgendwie einen Blogpost reinpacken oder mehrere Blogposts und dann sagen, hier schon mal, das sind die Informationen, die wir über das Erträgenwassener haben und die können wir hier alle verwenden. So. Und kommt natürlich ein bisschen die Gliederung, das dauert ein bisschen, ich schneide den Teil mal raus. So, und da sind wir auch schon wieder. Ähm, und ich meine, hier ist jetzt interessant, was die KI alles sich an Informationen zusammengesucht hat. Wir haben hier intelligente Menschen. Wir haben hier diese Titel. Der Titel hier, ähm, Intellektuelle Analyse, das Erfolgsgeheimnis von The More of His Tutorials, ist definitiv so gemein, dass die KI keine Ahnung hat, welche thematischen Inhalte ich überhaupt habe. Und normalerweise ist das Informatik, ja, oder Alltagsinformatik oder Mathe teilweise natürlich auch. Aber wir haben definitiv keine Philosophie und keine Physik bei mir auf dem Kanal. Und das ist sehr, sehr wichtig. Hier unten steht es auch immer wieder. Das heißt, ihr dürft nicht vertrauen darauf, dass diese Informationen, die hier genannt werden, richtig sind. Ihr müsst das immer, immer anpassen, bitte. Und vor allem immer Probe lesen. Also, das sollte hoffentlich klar sein. Factchecken ist ein Must bei Large Language Models. In dem Fall haben wir keinen Kontext gegeben, außer dass wir sehr intelligente Menschen sind. Und sehr intelligent heißt wohl für die KI, eh, yo, Fokus auf, äh, Mathe, Physik und Philosophie und mehr. Thematische Vielfalt. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist das, was quasi so am nächsten drankommt. Da muss man immer bedenken, okay, was wird assoziiert mit all dem, was ich hier genannt habe? Und das ist einfach das, was als erstes assoziiert wird. Im Endeffekt ist das nur eine Art von Assoziation. So, was wir jetzt allerdings machen ist, ähm, wir nutzen das hier und machen das einfach nochmal neu. So, Vorstellung von Cedric Möstner, Relevanz und Bedeutung des Kanals, Zielgruppenansprache brauchen wir eigentlich nicht, Fokus auf intelligente Menschen, so, das brauchen wir nicht. Die Philosophie hinter dem Office-Tutorials, Motivation und Vision, Wissensvermittlung und die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Inhalten, passt alles soweit. Und thematische Vielfalt, Programmierung, ähm, was, was haben wir noch, Programmierung, äh, KI, Mathe, Kryptografie und mehr. Ähm, Interdisziplinarität und Vernetzung von Wissen, das ist eher mein anderer Kanal, ähm, macht aber nichts. Auswahlkriterien für Themen und deren Relevanz für die Zielgruppe, Vermittlung komplexer Ideen durch einfache Erklärung, Mensch, das soll ich mir wirklich mal durchlesen, was das für ein Video wird, Verhörung des kritischen Denkens, bla bla bla. Und ja, hoffentlich Auswirkungen auf Bildung, lebenslanges Lernen, hoffentlich Inspiration für andere. Wow, wie toll. Naja, anyways, ähm, was wir jetzt machen, ist, wir sagen folgendes. Nutze bitte diese Gliederung. Das bitte müsst ihr natürlich nicht reinmachen, das mache ich irgendwie immer aus Gewohnheit. Nutze bitte diese Gliederung. So, und jetzt basierend hier rauf. Bitte verfasse Kapitel, nicht 1, wir fangen direkt mit Kapitel 2 an. Äh, ihr könnt mit Kapitel 1 anfangen. Was ich damit illustrieren möchte ist, hier weiß jetzt die KI, okay, das ist alles schon abgedeckt worden, darum muss ich mich nicht kümmern. Wir können uns auf Kapitel 2 konzentrieren. Jetzt sagen wir sogar nur 2 A, damit es nicht zu lang wird, weil sonst bricht das Ding irgendwann in der Mitte ab. Das zeige ich euch auch noch. Basierend hier rauf, bitte verfasse Kapitel 2 A. Ähm, nutze einen intelligenten... So, wenn man Intelligenz falsch schreibt, ja, ähm, was sagt das über meine Intelligenz aus? Nutze einen intelligenten Schreibstil, ähm, mit Humor und Charme. So, Punkt. Und, ähm, ja, was ich euch damit zeigen möchte ist, ihr könnt hier auch einen Schreibstil einbauen. Was jetzt hierbei wichtig ist, ihr könnt theoretisch auch, wenn ihr noch irgendwie andere Blogposts von euch habt oder YouTube-Skripte oder sowas, könnt ihr theoretisch auch einen Teil dieser Skripte hier einfügen, dann wird auch dieser Stil von dem Fetzen, den ihr da eingefügt habt, quasi genutzt und kopiert. Ähm, das funktioniert natürlich nur bedingt gut, aber grundsätzlich, ähm, intelligenten, wissenschaftlichen Schreibstil, wissenschaft... wissenschaftlichen Schreibstil. Schreibstil. Ähm, das funktioniert natürlich gut, aber ihr könnt den dann halt nicht mehr so gut ändern, weil, naja, es ist halt ein fester Stil dann am Ende. Okay. Basierend hierauf, bitte verfasse Kapitel 2. Also, die Länge sollte ungefähr 100 Worte sein. Wörter könnte man auch schreiben. So, okay. Was jetzt also passiert ist, das Ding verfasst euch quasi den Artikel. Natürlich muss ich jetzt hier wirklich jeden einzelnen dieser Punkte separat verfassen lassen, das dauert. Und, ähm, wie gesagt, hier auch wieder, die KI hat keine Information, oder fast keine Information über mich. Ähm, ich hatte das mal auf Instagram gepostet, da kam irgendwie bei raus, dass ich, äh, im Gefängnis saß, Linux-Backtrack mitentwickelt haben sollte und eine wichtige Figur der deutschen Hacking-Szene bin. Ähm, alle... also, außer dem letzten Punkt, der ist von mir aus strittig, aber ich saß weder im Gefängnis noch habe ich Linux-Backtrack mitentwickelt. Schön wär's, aber, ja, hab ich nicht. Ähm, dementsprechend, die Fakten hinten dran sind ziemlich sicher falsch. Deswegen seid ihr bitte vorsichtig. Aber, ähm, grundsätzlich ist es interessant, wenn man mal seinen eigenen Stil hier, ähm, kopieren kann, beziehungsweise verändern kann oder einfach mal sehen kann. Und das könnt ihr auch machen, wenn ihr einen Abschnitt von euch habt, hier einfach reinkopieren und sagen, ey, schreibt ihn mal bitte in einem anderen Stil. So, dann könnt ihr tatsächlich ein bisschen experimentieren, okay, welcher Schreibstil passt ein bisschen zu mir. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo solche Modelle wie GPT-4 euch wirklich auch helfen können. Ähm, und was ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht hab. So, wir haben hier, ähm, mein Antrieb für die Gründung von The Morphous Tutorials entspringt einer tief verwurzelnden Passion für Wissenschaft, Technologie und die Freude am Teil von Wissen. Das ist tatsächlich sogar korrekt. Seine Vision ist, dass hochkomplexe Thema einer intelligenten und wissbegierigen Zielgruppe auf unterhaltsame und zugängliche Weise näherzubringen. Auch das ist korrekt. Inspiriert von der platonischen Idee des Philosophenkönigs... Hm, das ist... nein, das ist nicht richtig. Strebt Mössner danach, ein aufgeklärtes Publikum zu schaffen, das in der Lage ist, fundierte Entscheidungen zu treffen, das ist wieder wichtig oder richtig, äh, und sich der rasanten Entwicklung der modernen Welt zu stellen. Dabei vereint er Charme und Esprit, ich glaube nicht, dass ich das tue, das dürft ihr aber beurteilen, um seine Zuschauer auf eine humorvolle und dennoch wissenschaftlich fundierte Reise durch die Welt der Erkenntnis zu führen. Also, ihr seht, das ist extrem hochgestochen. Ähm, was ich jetzt allerdings natürlich auch noch machen kann, ist, nutze einen Schreibstil... ...für Dummies, die nicht... äh, deren... ...IQ... ...ähm, 80 nicht überschreitet. Ja, das könnte man grundsätzlich auch machen. Und dann wird das Ganze schon mal ganz anders. Also, ne, nur um mal zu illustrieren, was man da alles machen kann, um einfach seinen eigenen Schreibstil zu finden. Man kann Zynismus einbauen, also es funktioniert tatsächlich. Haha, ist ein klugger Typ. Okay, gut. Ähm, herrlich, ich feiere es ein bisschen. Äh, äh, schwierige Sachen verständlich zu machen, das ist eher so, wie ich bei den Tutorials rede, ne? Ach ja. Ähm, also auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist, ihr könnt hier einfach mal mit eurem Schreibstil rumexperimentieren. Und mal gucken, was am besten zu euch passt. Was ich hier tatsächlich für mich mitgenommen habe, ist, ich lasse mir mittlerweile immer eine Gliederung von, äh, ChatGBT erstellen und überarbeite die dann. Die hier habe ich jetzt fast nicht überarbeitet, weil sie tatsächlich ziemlich solide ist für das, was man hier machen könnte. Normalerweise überarbeite ich meine Gliederung aber massiv nochmal. Ähm, das kann man stark tun und manchmal ist das auch wirklich nötig. Vor allem, wenn ihr Themen behandelt, zu denen ChatGBT nicht wirklich Ahnung hat. Ich meine, solche Vorstellungen von irgendwelchen Influencern oder Leuten einfach oder Menschen, die man kennt, das ist schon von mir aus etwas, das man häufiger mal liest. Während, wenn ihr zu aktuellen Thematiken irgendwas macht, dann ist das natürlich häufig so, dass da gar keine Informationen drüber da sind. Und dementsprechend muss man die Gliederung noch 50 Mal überarbeiten und auch teilweise währenddessen muss man sie überarbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch dieses Schreiben lassen, ähm, von, von ChatGBT, das kann ganz gut funktionieren, aber es entspricht natürlich nicht eurem Stil. Ich würde euch hier tatsächlich am allermeisten empfehlen, mal auszuprobieren, wie sich ein jeweiliges Skript anhört und dann natürlich auf jeden Fall es zu überarbeiten, nachdem ihr es gefactcheckt habt. Also sowas wie, ähm, ist ein kluger Typ, der TheMorphistTutorials erschaffen hat, um anderen Menschen zu helfen. Sein Wunsch ist es, schwierige Sachen verständlich zu machen. Cedric möchte, oh, da werde ich mit Vornamen angesprochen, beim letzten war es der Nachnamen. Cedric möchte, dass die Leute lernen und Spaß dabei haben. Seine Vision ist, dass jeder, egal wie schlau er ist, etwas Neues lernen kann. Er glaubt, dass Bildung für alle wichtig ist und möchte den Leuten zeigen, wie cool es ist, schlau zu sein. Okay, das ist, das ist nicht richtig, ähm, also das ist nicht richtig. Ich möchte nicht Leuten zeigen, wie cool es ist, schlau zu sein, aber ich denke tatsächlich, dass Bildung für alle wichtig ist und ich möchte allen auch wirklich Wissen beibringen können. Naja, anyways, ähm, möchte mit seinen Videos die Welt ein bisschen besser machen, auch das ist richtig, indem man die Leute dazu bringt, mehr zu wissen und zu verstehen. Auch das ist richtig. Ja, faszinierend. Also es sind auch unterschiedliche Aspekte, die hier tatsächlich reingekommen sind. Aber ihr versteht, glaube ich, den Sinn dahinter. Bitte baut nicht einfach von vornherein einen Blogpost und glaubt, dass A, alles korrekt darin ist, B, der Stil gut ist und C, ihr keine Gliederung oder sonst irgendwas braucht. Das ist trotzdem noch natürlich Arbeit, das damit zu machen, auch wenn es sehr, sehr viel schneller geht und ihr nicht mehr alles von, von Hand machen müsst, sozusagen. Es muss trotzdem überarbeitet werden. Das ist extrem wichtig. Für E-Mails hingegen kann man es tatsächlich benutzen, ohne dass man irgendwie vorher Wissen hat. Also sowas wie zum Beispiel, ähm, ich mach das mal. So, mein Name Cedric. Mein Boss heißt John. Ähm, schreibe eine E-Mail, die meinem Boss sagt, dass ich heute krank bin und nicht arbeiten kann. Wir sind per Du, pflegen, guten Kontakt. Kontakt bitte, erfinde einen lustigen Grund für meine Abwesenheit. So, das funktioniert wunderbar. Ähm, da muss man eigentlich nicht immer mehr irgendwas ändern. Held des Tages. So. Aber wundervoll. Das wollte ich euch tatsächlich auch noch zeigen. Sehr gut, dass das heute kommt. Okay, dass es jetzt direkt kommt. Ähm, und zwar hier. Also wir haben Betreff. Cool. Dann haben wir hier einen relativ lustigen Text. Könnt ihr euch gerne durchlesen, indem ihr kurz Pause drückt. Das ist wunderbar. Und hier unten schreibt die KI, wir alle wissen, dass Cedric ein Warrier. Und dann geht einfach der Satz mittendrin nicht weiter. Das kann vorkommen, vor allem bei Large Language Models, weil die dann einfach denken, dass es halt zu Ende ist. Was ihr dann macht, ist, ihr schreibt einfach weiter. Und dann wird der Satz quasi, äh, fertig erzählt. Beziehungsweise das ganze Ding fertig erzählt. Und, ähm, damit habt ihr eure Antwort. So. Also, das ist jetzt die, äh, fertige Geschichte. Und ja, damit haben wir quasi unsere Krankmeldungs-E-Mail. Es ist ein bisschen humorvoll, logischerweise. Und, ja, eigentlich auch eine ganz coole Idee. Okay. Aber, ähm, natürlich auch hier wieder durchlesen und, äh, bedenken, dass ich eventuell morgen nicht wieder mit vollem Elan und extra Portion Superkräft im Büro erscheinen werde. Das kann natürlich auch sein. Und außerdem werde ich hier immer mit R angesprochen. Dementsprechend, ähm, ich glaube, mein Name ist hier nicht richtig angekommen. Also, immer überprüfen. Das ist so die Lektion von heute. Und alles Schritt für Schritt machen. Ähm, und nicht alles auf einmal. Ja. Gut. Das ist, glaube ich, eine coole Anwendung. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ähm, und ihr habt wahrscheinlich noch Fragen. Schreibt die mir gerne. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.